Ich habe überlegt, dass ich heute gerne mit Ihnen über Fragen in der Sprachförderung sprechen möchte und Fragen in Gesprächen mit Kindern, auch in dialogischen Gesprächen und habe den Titel etwas provokant formuliert, haben Sie die richtigen Fragen. Zunächst möchte ich aber ganz kurz noch etwas sagen dazu, wo ich eigentlich herkomme aus dem Arbeitsbereich. Jetzt muss ich schon kurz schauen. Ja, so hat es geklappt. Der Arbeitsbereich Deutsch als Zweitsprache an der Goethe-Universität in Frankfurt beschäftigt sich sowohl mit Grundlagenforschung zum Erwerb der deutschen Sprache als Erstsprache und Zweitsprache, als auch mit angewandteren Forschungsthemen zur Sprachdiagnostik und Sprachförderung und auch zur Professionalisierung. Und ein weiteres und sehr wichtiges Standbein, das insbesondere der Lehrschularinhaberin Frau Schulz sehr wichtig ist, ist das Thema Wissenstransfer in die Praxis. Deshalb sind wir seit Jahren damit beschäftigt, die Frage zu beantworten oder sozusagen auch die Aufgabe zu erfüllen, was aus der Spracherwerbsforschung und aus der Linguistik ist für die Praxis relevant und wie können wir das aufbereiten. Und da sind wir inzwischen, glaube ich, recht erfahren, auch in Bezug auf Vorträge und Fortbildungen und so weiter, für die pädagogische Praxis vor allen Dingen. Das so ein bisschen als Hintergrund, damit Sie wissen, wo ich herkomme. Jetzt möchte ich zunächst einsteigen mit einem kleinen Dialog. Eine Sprachförderkraft fragt, welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe, Amina? Amina sagt rot. Und welche Farbe magst du besonders gern, er kann? Gelb, antwortet er kann. Ein Dialog wie diesen mag sich die folgende Sprachförderkraft vorgestellt haben, die in einem Interview in einem der Forschungsprojekte in unserer Arbeitsgruppe zur Sprachförderung befragt wurde. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Ziel, was ich verfolgen würde, zu sagen, okay, Sie antworten mir jetzt immer nur rot, gelb und so, dass ich Sie herausfordere, auch mal einen ganzen Satz zu sagen. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie das vielleicht etwas besser gelingen kann als in dem obigen Dialog. Eine Lehrkraft in einem Zeitungsinterview, das ich in der Frankfurter Rundschau im Archiv gefunden habe, sagt, Schüler dazu zu bringen, in ganzen Sätzen zu antworten, ist selbst an bestimmten Gymnasien eine echte Herausforderung. Und häufig klappt es nicht. Hier scheint ein bisschen die Annahme dahinter zu stecken, dass das Sprechen in ganzen Sätzen irgendwie bildungs- oder schulformabhängig ist. Wir wissen es nicht genau. Und in einem Lehrbuch für Entwicklungspsychologie im Kinder- und Jugendalter steht geschrieben, ermutigen Sie Ihre Kinder, Sprache ausführlicher als unbedingt notwendig zu benutzen. Lassen Sie sie in ganzen Sätzen statt mit einzelnen Wörtern antworten. Psychologisch gesehen wird vermutet, dass es etwas auch mit Mut zu tun hat, in ganzen Sätzen zu sprechen. Wir wollen uns das heute ein bisschen genauer ansehen. Wir alle verwenden Fragen im Alltag, wenn wir einkaufen, wenn wir nach dem Weg fragen, in der Schule, wenn es darum geht, das Textverständnis abzusichern oder Wissen zu überprüfen, in der Sprachförderung, um Kinder zum Sprechen anzuregen und in der Sprachstandserfassung, um sprachliche Fähigkeiten eines Kindes hörbar zu machen. Die kann man ja nicht sehen, wenn das Kind nicht spricht und auch nicht hören. Und in vielen anderen Situationen verwenden wir Fragen. Fragen im Unterricht und in der Sprachförderung sollen heute im Mittelpunkt stehen. Wir alle sind uns einig, dass Fragen und Antworten relevante Gesprächsmittel in allen Bildungskontexten sind. Und sie sind auch anerkannt als Sprachfördermethoden in der Sprachförderung, um Gespräche zu initiieren und Kinder zum Sprechen anzuregen. Sie lassen sich zudem adaptiv, das heißt angepasst an den Sprachstand der Kinder einsetzen. Das heißt, verschiedene Fragen können auf verschiedene Sprachstände reagieren sozusagen oder dort angepasst werden. In der Regel werden Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte dazu angehalten, sogenannte offene Fragen zu verwenden. Das ist aber natürlich ein sehr weiter Begriff. Was ist genau gemeint und wie lassen sich auch verschiedene Fragen unterscheiden? Häufig wird dann beklagt, dass Kinder nicht in ganzen Sätzen antworten, obwohl man es eigentlich von ihnen erwartet. Und es wird auch immer wieder kritisiert, dass Lehrkräfte sich in diesen Erwartungen häufig unbewusst an einer sogenannten konzeptionell schriftlichen Sprache als Standardsprache orientieren. Dass sie letztendlich bei ihren Erwartungen die Schriftsprache im Kopf haben und nicht das typisch mündliche. Und diese Erwartung findet sich häufig auch in den sogenannten Bildungsstandards wieder, wie Osteroth in einem Artikel ganz schön dargelegt hat. Er spricht auch über Written Language Bias. Das heißt, wir müssen uns kritisch fragen, was ist eigentlich die Norm, die wir zugrunde legen, wenn wir mündliche Äußerungen von Kindern beurteilen. Heute wollen wir der Frage nachgehen, auf welche Fragen sind welche Antworten zu erwarten? Und wie lassen sich einem Kind gezielt die sogenannten ganzen Sätze entlocken? Zunächst also ein Überblick über meinen heutigen Vortrag. Wir werden uns erst beschäftigen mit der Frage, was sind eigentlich Fragen und Antworten aus linguistischer Perspektive? Welche Rolle spielen Fragen in der Sprachstandserfassung? Dort werde ich Ihnen zum einen Ergebnisse einer Studie, die ich im Rahmen meiner Dissertation durchgeführt habe, vorstellen. Und zwar ging es dort in einem größeren Kontext, aber eben auch darum, wie Fragen in informellen diagnostischen Gesprächen verwendet werden. Und welche Fragen dort verwendet werden. Und in einem zweiten Schritt werde ich Ihnen zeigen, wie Fragen in dem standardisierten Sprachstandsverfahren Lisedatz eingesetzt werden, um Kindern ganz gezielt bestimmte sprachliche Strukturen zu entlocken. Wir werden dann gemeinsam schauen, wie man Fragen in der Sprachförderung einsetzen kann. Und ganz zum Schluss einen kurzen Blick in den Grammatikunterricht werfen, bevor ich dann mit einem Fazit schließe. Im Anschluss, das wurde ja schon gesagt, gibt es noch einen kleinen Workshop. Dort haben Sie Gelegenheit zum kollegialen Austausch. Wir sind ja nur eine kleine Runde. Insofern bietet es sich besonders an. Und ich habe noch mal etwas Material mitgebracht, an dem Sie selber verschiedene Fragetypen erproben können. Ja, nun also zuerst Fragen und Antworten aus linguistischer Perspektive. Sie kennen alle die Einteilung von Fragen, die schon in der Schulgrammatik auch vermittelt wird oder im Grammatikunterricht. Einteilung nach formalen und funktionalen Kriterien. Wir haben sogenannte Entscheidungsfragen, die auch Ja-Nein-Fragen genannt werden, weil sie eben mit Ja oder Nein beantwortet werden in der Regel. Und bei denen steht das Verb an erster Stelle. Deswegen werden Sie von der Form her auch manchmal Verb-Erstfragen genannt. Das sind so Fragen wie, gehen Sie heute noch ins Schwimmbad? Dann gibt es auch als eine Unterform auch Verb-Erstfragen, die sogenannten Alternativ-Fragen. Etwas wie, trinken Sie lieber Kaffee oder Tee? Dort antwortet man nicht mit Ja oder Nein, sondern mit Tee oder Kaffee, idealerweise. Und wir haben dann die große Gruppe der W-Fragen, der sogenannten Ergänzungsfragen, manchmal auch Informationsfragen genannt, bei denen das Verb an der zweiten Stelle steht und die mit einem W-Pronomen, daher der Name W-Fragen, eingeleitet werden. Also sowas wie, wer kommt zu Besuch, was bringt er mit oder wem, wen, wo. Sie kennen all diese Fragepronomen. Bei dieser gängigen Klassifikation von Fragen gibt es ein bisschen ein Problem, wenn wir an unsere heutige Fragestellung denken, weil bei dieser Einteilung nicht berücksichtigt wird, welche Antworten eigentlich auf diese Fragen erwartet werden und vor allen Dingen die große Gruppe der Ergänzungs- und W-Fragen nicht weiter differenziert wird danach, welche verschiedenen Antwortstrukturen erforderlich sind, also adäquat sind, um diese Fragen zu beantworten. Und wir haben zudem keine eigene Klasse für Fragen, die nach einem Verb beziehungsweise einem Prädikat fragen. Und ich werde Ihnen auch nachher noch zeigen, warum das so wichtig ist, gerade in der Sprachförderung und Sprachdiagnostik. Ja, was sind eigentlich Fragen? Fragen werden sprachübergreifend als Bitte um Information und als Aufforderung zu einer verbalen oder nonverbalen Antwort verstanden. Mit der Antwort wird die Informationslücke gefüllt. Wenn ich Sie frage, was machen Sie am kommenden Wochenende, dann antworten Sie möglicherweise so etwas. Erst mal ausschlafen, in Ruhe frühstücken und dann spazieren gehen. Eher unwahrscheinlich ist, dass Sie so antworten. Ich werde am kommenden Wochenende ausschlafen, in Ruhe frühstücken und dann spazieren gehen. Ein ganzer Satz ist an dieser Stelle nicht notwendig und wirkt auch ein bisschen steif, ein bisschen überinformativ, könnte man sagen. Ein anderer Versuch. Wo werden Sie am Wochenende spazieren gehen? Auch da würden Sie so etwas antworten wie wahrscheinlich am Mainufer und nicht, ich werde am Wochenende wahrscheinlich am Mainufer spazieren gehen. Das heißt, Sie ergänzen in Ihrer Antwort nur die Informationen, nach denen gefragt wurde und Sie wiederholen nicht die Informationen, die schon in der Frage drin sind. Ich denke, dass Sie mir zustimmen, dass das im Mündlichen ganz üblich ist und überhaupt nicht falsch ist. Mit einer Frage wird also vorgegeben, ob eine Antwort erwartet wird und welche syntaktische Struktur diese haben kann. Je nach Fragetyp ist keine Antwort eine Ja-Nein-Antwort, eine spezifische Konstituente, also ein einzelnes Satzelement oder ein ganzer Satz als Antwort angemessen. Man kann natürlich immer mehr zu einer Frage sagen, aber uns beschäftigt heute immer, uns beschäftigt die Frage, was ist sozusagen die minimale Antwort, die man braucht, um eine Frage adäquat zu beantworten. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie sich Fragen danach unterscheiden lassen, welche Antwortstrukturen auf die Fragen erwartbar sind. Beginnen wir zunächst mal mit Fragen, auf die keine Antwort oder lediglich eine Ja-Nein-Antwort erwartet werden kann. Sie kennen alle rhetorische Fragen. Habe ich dir das nicht schon zweimal gesagt? Oder ob das wohl gut geht? Fragen, auf die man keine Antwort erwartet. Wir haben dann noch mal die Entscheidungsfragen, die wir anfangs schon hatten. Gehst du heute in den Kindergarten? Ja, nein, vielleicht. Dann gibt es noch Vergewisserungs- und Bestätigungsfragen. Das ist dein Rucksack, oder? Das ist dein Rucksack, nicht wahr? Oder stimmt's? Hier im Hessischen würde man auch sagen, gäh? Du gehst schon in den Kindergarten. Das sind Fragen, die tendenziell ein Ja erwarten lassen. Also der Fragende hat schon die Erwartung, dass ein Ja kommt. Also man erwartet nur noch eine Vergewisserung sozusagen. Man kann aber natürlich auch mit Nein antworten oder ich weiß nicht. Dann haben wir Fragen, die bestimmte Satzelemente als Antwort erfordern. Hier noch mal die Alternativfragen vom Anfang. Möchtest du Pommes oder Nudeln essen? Die Antwort könnte sein Pommes, Nudeln, gar nichts oder lieber Pizza. Und dann haben wir die W-Fragen, die sogenannten Ergänzungsfragen, die wir eben noch mal ein bisschen unterscheiden müssen. Wir haben Subjektfragen, etwas wie, wer backt einen Kuchen? Meine Schwester. Ganz ausreichend als Antwort. Objektfragen. Wen möchtest du einladen? Die ganze Klasse. Wem hast du schon eine Einladung gegeben? Meinen besten Freunden. Und sogenannte Adjunktfragen, die schulgrammatisch gesehen nach einer Angabe fragen würden, also nach einem Adverbial. Etwas wie, wann feierst du deinen Geburtstag? Am Sonntag. Wo wirst du feiern? Im Garten. Auf all diese Fragen ist es völlig ausreichend, wenn sie mit einem einzigen Satzelement antworten. Da brauchen sie als Antwort keinen ganzen Satz. Kommen wir jetzt zu den Fragen, bei denen die Wahrscheinlichkeit steigt oder sozusagen doch hoch ist, dass sie mit einem ganzen Satz oder einer satzwertigen Antwort rechnen können. Hier sind zu nennen die kausale oder finalen Adjunktfragen, also Fragen mit warum beispielsweise. Warum zeigt er auf den Kuchen? Weil er noch ein Stück möchte oder der will noch ein Stück Kuchen haben. Ja, auf die Frage könnten Sie nicht antworten mit ein Stück Kuchen. Ja, da brauchen Sie eine verbhaltige Antwort, entweder einen Nebensatz mit weil beispielsweise oder einen Hauptsatz. Wozu braucht er die Serviette? Damit er den Kuchen einpacken kann oder er will den Kuchen einpacken. Ganz gut geeignet, um Sätze herauszulocken aus den Kindern, sind auch folgende Fragen, die manchmal ein bisschen ungewöhnlich sind, die aber auch ganz gut funktionieren. Fragen mit mentalen oder Sprechaktverben. Das hört sich etwas sperrig an, dahinter verbergen sich aber so einfache Fragen wie was sagt er dann wohl oder was denkt er wohl, wenn man zum Beispiel ein Bild betrachtet oder ein Foto, eine Szene, dass er noch ein Stück Kuchen will oder ich möchte noch ein Stück Kuchen, wenn man sich sozusagen in die Person hineinversetzt, um die es geht. Auch hier würde man als Antworten dann nicht mit einem einfachen Satzelement davon kommen. Was sagt er dann wohl, Kuchen? Ist eher unwahrscheinlich. Und wir haben dann noch ganz spezifische Fragen, die Ihnen eigentlich alle bekannt sind, wo man aber oft nicht so darüber reflektiert, dass Sie tatsächlich dazu führen, einen ganzen Satz als Antwort zu bekommen. Das sind Fragen wie zunächst mal was macht der Junge da oder was hat der Junge gemacht? Hier braucht man noch nicht unbedingt einen Satz als Antwort, aber die Antwort enthält ein Verb, weil direkt nach einer Tätigkeit gefragt wird. Also was macht der Junge da? Einkaufen, schaukeln, malen. Was hat der Junge gemacht? Eingekauft, geschaukelt, gemalt. Das ist sozusagen die Minimalantwort auf diese Frage. Und wir haben dann noch einen Fragetyp, der Ihnen auch bekannt vorkommt, den man aber häufig so ein bisschen unterschätzt in seinem Potenzial, nämlich Fragen nach dem Geschehen oder einem Vorgang, einem Ereignis, nämlich diese so simplen und so gut funktionierenden Fragen wie was passiert da oder was geschieht da? oder auch was ist da los? Auf diese Frage ist als Antwort letztendlich nur ein Satz adäquat. Der Junge kauft ein, der Junge malt eine Maus oder etwas, der Junge schaukelt. Das heißt, die Frage richtet sich auf eine Gesamtaussage und Sie bekommen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, immer so fern die Kinder natürlich dazu in der Lage sind, einen Satz als Antwort. Dann kommen wir jetzt noch zu ein bisschen komplexeren Fragen und ein bisschen schwierigeren Fragen, die ich Ihnen aber nicht vorenthalten möchte, weil die in der Praxis, das werde ich Ihnen auch nachher noch zeigen, doch auch häufiger mal vorkommen. Das sind sogenannte indirekte, eingebettete Fragen. Man wird also nicht direkt gefragt, sondern die Frage wird als Nebenwirkung in einen Hauptsatz eingebettet oder in einen Satzgefüge eingebettet. Schau mal, ob du das erkennst. Ich möchte wissen, ob du heute schon gefrühstückt hast. Schau mal, wer da sitzt. Sag mal, was das ist. Ich kann mir vorstellen, was du dir zum Geburtstag wünschst. Oder sowas wie, erzähl mir mal, wo du heute warst. Sie werden mir wahrscheinlich recht geben, dass für ein Kind diese Fragen ein bisschen schwieriger sind, weil man erst mal für sich herausbekommen muss, was will er jetzt eigentlich, was will der Gesprächspartner jetzt eigentlich von mir. Das heißt, die Frage ist ein bisschen versteckt in dem Gesamtsatz. Und je nachdem kann hier ein Ja oder Nein erwartet werden. Also bei diesen Fragen mit Ob. Ob du das erkennst, Ja oder Nein. Oder sowas wie, schau mal, wer da sitzt. Da wird letztendlich erwartet, dass man jemanden nennt, der irgendwo sitzt. Also auch ein Satzelement als Antwort gibt. Manchmal ist es aber auch so, dass diese Sätze folgendermaßen verwendet werden. Und dann wird es für die Kinder richtig schwierig. Weißt du, wo die Buntstifte sind? Weißt du, wie der heißt? Weißt du, wer das ist? Hier stellen sie dem Kind im Prinzip zwei Fragen. Nämlich zum einen, weißt du? Eine Ja-Nein-Frage, auf die das Kind mit Ja oder Nein antworten könnte. Und darin eingebettet noch eine W-Frage, wo es um ein bestimmtes Satzelement geht. Und deswegen ist es so, dass Kinder auf solche Fragen manchmal auch einfach nur mit Ja oder Nein antworten. Weil sie sich an dem Matrix-Satz sozusagen, an dem Hauptsatz orientieren, weißt du, wo die Buntstifte sind? Ja. Und dann müssten sie noch mal hinterher fragen, ja, wo sind die denn? Ja, weil es zwei Fragen sind. Diese Fragen sollte man in der Sprachförderung oder auch in der Diagnostik sicherlich vermeiden, weil die, wie sie sich ja sofort erkennen, uneindeutig sind. Ja, wir kommen dann jetzt auch zum Thema Diagnostik, wie ich Ihnen angekündigt habe. Wie ist das eigentlich mit Fragen in der Diagnostik? Was können sie dort leisten und wie müssen sie geschaffen sein, um auch Äußerungen hervorzulocken, die mir etwas über den Sprachstand von Kindern sagen? Ja. Ich hatte ja eben schon gesagt, verbhaltige Äußerungen sind besonders wichtig. Das hört man ja auch, wenn Lehrer sagen, ich möchte, dass die im ganzen Satz antworten, geht es ja eigentlich darum, dass es Sätze sind, die eben auch ein Verb enthalten. Sonst wären es keine Sätze. Ja. Wir wissen, dass Hauptsätze im Erst- und Zweitspracherwerb früh erworben werden. Und es handelt sich bei dem Erwerb der Satzstruktur um einen sehr gut untersuchten, ganz regelgeleiteten Erwerbsbereich, der durch Forschung gut abgesichert ist und für den wir auch sogenannte Meilensteine haben. Das werde ich Ihnen gleich noch mal zeigen. Insofern ist das für uns, für die Diagnostik, ganz relevant, dieses Wissen, wie Kinder Sätze erwerben. Und wir wissen, dass Verben zentral sind für den Einstieg in die Grammatik. Das heißt, wenn Kinder über die Einwortphase hinaus kommen, anfangen, Wörter miteinander zu kombinieren und dann Verben auch verwenden, beginnen sie, also sind sie auf dem Weg zur Eroberung der Satzstruktur, könnte man sagen. Und wir wissen, dass weitere Erwerbsbereiche, wie zum Beispiel verschiedene Wortarten, auch Funktionswörter und Kasus und so weiter, sukzessive mit dem Aufbau der Satzstruktur dann erworben werden. Und wir wissen zum anderen, dass Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, die also eine Störung im Bereich des Spracherwerbs haben, gerade bei Verben besondere Schwierigkeiten haben. Das heißt, sie haben Schwierigkeiten, ein Verblexikon aufzubauen und haben Schwierigkeiten mit der Verbstellung und der Verbflexion, also der Beugung von Verben. Und man spricht hier auch von einem Leitsymptom einer Sprachentwicklungsstörung. Insofern ist auch diagnostisch besonders wichtig, dass man schaut, können die Kinder Sätze binden? Satzwertige Äußerungen sind besonders relevant für die Diagnostik und wie wir später sehen werden, auch für die Förderung. Und mit spezifischen Fragen lassen sich den Kindern sowohl Hauptsätze als auch Nebensätze als Antwort entlocken. Das, was wir eben bei dieser Übersicht über die verschiedenen Fragentypen ja schon gesehen haben, es gibt durchaus Fragen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Kinder mit einem Satz antworten. Hier zeige ich Ihnen diese Meilensteine, von denen ich eben schon mal gesprochen habe. Also wir wissen, dass Kinder alle auf eine ganz ähnliche Art und Weise Sätze erwerben. Sie beginnen in der Regel mit Einwortäußerungen und da sind dann auch manchmal schon die ersten Verben drin und kommen dann bei Meilenstein 2 zu Mehrwortäußerungen. Und da ist es dann so, dass die Verben oder auch diese Verbvorläufer, diese Partikeln wie auf, zunächst in der rechten Satzklammer stehen, so würde man das sagen. Also das heißt, Sie haben typisch solche Äußerungen wie Tür auf, Mama auch Tür auf machen. Wenn Sie mit Kindern zu tun haben, kennen Sie diese Äußerungen wahrscheinlich auch. Das heißt, es werden Verben verwendet, die stehen aber am Äußerungsende und sind auch noch nicht flektiert, sondern in der Regel im Infinitiv. Dann im nächsten Erwerbsschritt erobern die Kinder sozusagen die Hauptsatzstruktur und beginnen Sätze zu bilden, bei denen das Verb vorne steht, in der zweiten Position, so was wie Mama macht die Tür auf. Oder Sie beginnen auch Fragen zu stellen, was hat Mama aufgemacht oder auch so Entscheidungsfragen, kann Mama die Tür aufmachen oder kann sie die Tür aufmachen oder dann auch irgendwann gleich macht Mama die Tür auf. Das heißt, das ist ein Meilenstein, auf dem ganz viel passiert und das Wesentliche, was passiert an dieser Stelle, ist, dass die Kinder diese linke Position für die Verben entdecken, die sogenannte Verbzweitposition und dann bei Meilenstein 4, wenn Sie Nebensätze bilden, das ist sozusagen der letzte Erwerbsschritt, dort auch richtigerweise das Verb am Ende platzieren. Das ist eine Besonderheit im Deutschen, diese ganze Satzklammer ist eine Besonderheit im Deutschen, also ein Nebensatz wie wenn Mama die Tür aufmacht, dort steht dann das flektierte, das finite Verb in der rechten Satzklammer, in der Spalte ganz rechts in der Tabelle und das ist eine Entdeckung, die die Kinder ganz zuverlässig machen, wenn sie diese Meilensteine durchlaufen und sie können dann eben ab Meilenstein 3 auch die Verben an das Subjekt anpassen, also gebeugte Verben, die in ihrer Form an das Subjekt angepasst sind, also finit sind. Und wenn wir uns dann anschauen, wie Kinder mit Deutsch als Zweitsprache das machen, wir sprechen jetzt von frühem Erwerb, also Kinder, die in der Kita beginnen mit dem Deutscherwerb, dann sehen wir, dass sie das auf ganz ähnliche Art und Weise machen, die durchlaufen, dieselben Meilensteine auch in einer relativ hohen Geschwindigkeit, Sie sehen, nach drei Kontaktmonaten kann man schon so etwas wie da Händewaschen beobachten oder nach sechs Kontaktmonaten gibt es schon Kinder, die so etwas sagen wie das passt hier schon, das Werb an zweiter Stelle und finit. Und nach 15 Monaten etwa Nebensatzbildung. Das heißt, das ist ein ganz zuverlässiger, robuster Entwicklungsbereich, den wir sehr gut nutzen können für die Diagnostik und auch für die Förderung. Das so ein bisschen als Hintergrund. Und ich möchte Ihnen jetzt einen kleinen Einblick geben in eine Studie, die ich durchgeführt habe im Rahmen meines Dissertationsprojekts. Und zwar habe ich kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen beobachtet und dort genauer unter die Lupe genommen, wie Kinderärzte die Kinder befragen, um etwas über ihre Sprachentwicklung herauszubekommen. Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit den kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen, ganz kurz etwas zum Hintergrund. Es gibt in Deutschland ein sogenanntes Vorsorgeprogramm, und die Kinderärzte sind verantwortlich im Vorschulalter für die Prävention und die Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen und auch für die Zuweisung zur Sprachtherapie. Und in diesem Vorsorgeprogramm sind zehn verbindliche Untersuchungen enthalten, von der sogenannten U1 bis zur U9. Da gibt es noch einmal A und B, deswegen kommt man auf zehn. Und die letzte verbindliche Untersuchung findet mit fünf Jahren statt, also im Vorschulalter. Dort werden alle kindlichen Entwicklungsbereiche inklusive der Sprache untersucht. Und das Ziel ist zum einen natürlich Prävention von irgendwelchen Auffälligkeiten, aber dann vor allen Dingen auch das Feststellen von Sprachentwicklungsstörungen oder Risiken für eine Sprachentwicklungsstörung, um dort frühzeitig schon eine Therapie zum Beispiel anbahnen zu können, damit keine wertvolle Zeit verstreicht. Und ich habe mir in meiner Dissertation eben diese Vorsorgeuntersuchung angesehen. Ich habe elf Ärztinnen gehabt, die an der Studie teilnehmen in zehn verschiedenen Praxen und habe 21 U-Untersuchungen detailliert analysiert. Die Kinder waren alle mehrsprachig, sieben Mädchen, 14 Jungen und es gab bilinguale Kinder, frühe DATZ-Lerner und auch drei Kinder, die noch gar kein Deutsch sprachen, die also nur in ihrer Muttersprache bisher aufwuchsen und es waren 15 verschiedene Herkunftssprachen. Die Methode war, ich habe also diese Untersuchungen mit teilnehmender Beobachtung untersucht und mit Audio aufgezeichnet und zwar habe ich mich konzentriert auf die U7a mit drei Jahren, auf die U8 mit vier Jahren und die U9 mit fünf Jahren, weil das die Untersuchungen sind, in denen es auch ganz detailliert um Sprache geht, also wo natürlich auch in der Sprachentwicklung viel passiert. Ich habe Audioaufzeichnungen angefertigt und Beobachtungsprotokolle und die dann ausgewertet. Die Untersuchungen dauerten im Durchschnitt etwa 35 Minuten, nur damit Sie so eine Vorstellung davon haben. Das variiert zwischen 15 Minuten und 60 Minuten etwa. Die Sprachstandserfassung selber, also wenn man die als solche erkennen konnte, dauerte vier Minuten, das heißt, das findet unter einem hohen Zeitdruck statt und wird in ganz vielen Fällen, also bei der Hälfte der Ärzte, an die Helferinnen delegiert, einfach um die Zeit, sozusagen die knappe Ressource Zeit der Ärzte zu entlasten. In den Untersuchungen wird in der Regel kein standardisiertes Verfahren eingesetzt, weil einfach die Zeit auch gar nicht da ist. Wenn überhaupt Material eingesetzt wird, dann sind das informelle Verfahren, die häufig nur so als Gesprächsimpuls, als Bildvorlage oder so verwendet werden. Meine Untersuchungen haben ergeben, dass die Hauptmethode der Ärzte selber das Gespräch mit dem Kind ist. Also neun von zehn Ärzten haben mit dem Kind gesprochen. Das war das einzig Erkennbare, was sie gemacht haben, um Sprache aus dem Kind herauszulocken und diese Sprache dann zu beurteilen. Zwischen einer Minute und acht Minuten haben sie jeweils mit dem Kind gesprochen. Meine Fragestellung war jetzt für diese Teilstudie, welche Fragen und sonstigen Gesprächsimpulse verwenden die Ärztinnen und Ärzte, um die Kinder zum Sprechen anzuregen und dann die Frage, sind sie geeignet, um unauffällige von auffälligen Sprachentwicklungen zu unterscheiden. Und was war dann mein Qualitätskriterium? Meine Annahme oder meine These war, diagnostische Fragen sollten vor allen Dingen werbhaltige Äußerungen elizitieren, das heißt hervorlocken, da die Fähigkeiten im Bereich der Satzstruktur, also Verbstellung, Finitheit und Subjekt Verbkongruenz für die Differenzialdiagnostik die Unterscheidung zwischen auffälligen und unauffälligen Sprachentwicklung besonders relevant ist. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass es als ein Leitsymptom einer Sprachentwicklungsstörung gilt, wenn Kinder Schwierigkeiten haben, Sätze mit Verben zu bilden und die Verben passend zu beugen und an der richtigen Stelle im Satz zu produzieren. Deswegen habe ich mir die Gesprächsimpulse angesehen, das heißt, wie bringen die Ärzte die Kinder zum Sprechen und das waren in meiner Analyse zunächst 801 Gesprächsimpulse über all diese Protokolle und Transkripte der Audioaufzeichnungen hinweg. Von denen waren 654 auswertbar. Ich habe all das rausgenommen, was nicht auswertbar war. Das heißt also zum Beispiel Fragen, wo gar keine Zeit für eine Antwort war, weil der Arzt direkt weitergeredet hat. Oder Fragen, wo der Arzt drei Fragen hintereinander gestellt hat. Da habe ich dann nur die dritte Frage gewertet. Oder Fragen, die der Arzt selber beantwortet hat. Auch das gab es. Es findet alles unter hohem Zeitdruck statt. Übrig geblieben sind also 578 Fragen und ein paar andere Impulse. Auf die werde ich jetzt gar nicht weiter eingehen, aber nur hier zwei Beispiele. Was ist ein anderer Impuls? Also zum Beispiel so etwas wie ein Elefant ist groß und eine Maus ist, dann soll das Kind sagen klein. Also so vorgegebene Satzanfänge. Oder Ärzte, sagen sag doch mal oder erzähl doch mal. Die habe ich alle rausgenommen, weil mich vor allen Dingen die Fragen interessiert haben. Die echten Fragen. Hier mal ein Beispiel, ein Ausschnitt aus einem solchen Gespräch, damit Sie sich einen Eindruck davon machen können. Hast du Freunde im Kindergarten? fragt der Kinderarzt. Ja. Und weißt du wie dein Freund heißt? Ja. Sag mal wie genau heißt der? Unverständlich. Unverständlich. Und spielt ihr viel zusammen? Spielt ihr zusammen? Ja. Spielst du mit deinem Freund? Was machst du gerne? Auto. Und spielt ihr auch draußen? Rutscht du auch gern auf der Rutsche? Ja. Und was macht ihr noch? Darf ich einmal schauen. Was macht ihr noch? Was habt ihr denn da noch für Möglichkeiten? Der Vater wirft noch ein Erzähl. Könnt ihr da noch Ball spielen? Das war nun ein Kind, das ohnehin nicht viel gesprochen hat. Er hat sich wirklich Mühe gegeben. Das ging noch ganz lange weiter, hat ganz viele Fragen gestellt. Aber wenn Sie sich noch mal vergegenwärtigen, wie wir vorher die Fragen eingeteilt haben, sehen Sie hier natürlich eine Menge Fragen, die mit Ja ganz adäquat beantwortet sind. So bekommt man natürlich keinen Eindruck davon, was ein Kind sprachlich kann. Das ist, wenn man diesen Zeitdruck bedenkt, den die Ärzte haben, tatsächlich ein bisschen schade, würde ich jetzt mal milde gesagt sagen. Da könnte man mit ein paar gezielteren Fragen möglicherweise ein bisschen mehr herausbekommen. Ich habe dann in meiner Studie die Fragen nach den erwartbaren Antwortstrukturen klassifiziert und dann bewertet nach ihrem diagnostischen Potenzial für das Erkennen eines Sprachentwicklungsrisikos, also welche Bereiche von Sprache können mit diesen Fragen potenziell überhaupt erfasst werden und habe die dann alle gruppiert. Als sehr relevant habe ich die sogenannten Verbfragen, also sowas wie was macht er da oder was machst du die kausalen und finalen Adjunkt Fragen sowie warum und die Fragen mit den mentalen oder Sprechakt Verben sowas wie was denkt der wohl oder was sagt der wohl das waren insgesamt von allen 578 Fragen 54 also 8,5 Prozent aller Fragen waren überhaupt dazu angelegt eine werbhaltige Äußerung hervorzulocken. Fast die Hälfte der Fragen 47 Prozent waren so gestellt, dass als Antwort eine einfache also ein einfaches ein einfacher Ersatzbestandteil gereicht hätte. Also das heißt diese einfachen Konstituentenfragen wie wer, wo, was oder Alternativfragen. Mit diesen Fragen erhält man dann in der Regel maximal ein Ersatzelement. 41 Prozent der Fragen waren Vergewisserungsbestätigungsfragen und Entscheidungsfragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden konnten, die also diagnostisch quasi überhaupt nicht relevant sind, weil sie nichts über die produktiven Fähigkeiten des Kindes verraten in den Antworten. Und dann gab es noch drei Prozent von diesen indirekten eingebetteten Fragen, die ich Ihnen ja anfangs schon gezeigt hatte, so was wie weißt du, wie das heißt oder weißt du, was das ist. Das heißt, zusammenfassend die Ergebnisse, nur 8,5 Prozent der Fragen sind geeignet, um dem Kind eine werbhaltige Äußerung zu entlocken. Und dann habe ich nochmal geguckt, diese ganz einfachen Fragen, die ich Ihnen ja vorhin schon so ans Herz gelegt habe, so was wie was passiert da, kommen unter diesen 578 Fragen nur dreimal vor. Mein Fazit war dann entsprechend am Ende dieser kleinen Studie, das Potenzial des informalen Gesprächs für die Sprachentwicklungsdiagnostik wird nicht ausgeschöpft. Das heißt, wenn man ein bisschen mehr reflektieren würde darüber, wie man fragt, könnte man unter Umständen doch zu mehr sprachlichen Daten vom Kind sozusagen kommen, also mehr Äußerungen, aus denen man etwas über den Sprachstand des Kindes ableiten kann. Das war also jetzt ein kleiner Einblick in informelle diagnostische Gespräche und im Folgenden möchte ich dann gerne noch übergehen zu einem Instrument, dem Instrument Lisedatz, das ganz standardisiert Sprache erfasst, nämlich nach der Methode elicitierte Produktion, das zeige ich Ihnen jetzt gleich noch mal näher. Kurz zum Hintergrund, das Verfahren Lisedatz ist ein Verfahren, das 2011 veröffentlicht wurde von Professor Schulz, die hier den Lehrstuhl inne hat, zusammen mit Frau Professor Tracy von der Universität Mannheim, ein standardisiertes und normiertes Verfahren zur Sprachstandserfassung und es war das erste Verfahren, das eigene Normwerte hat für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, die auch noch mal differenziert sind nach Alter bei Erwerbsbeginn und nach Kontaktdauer zum Deutschen. Das Verfahren wurde entwickelt im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung und ist bei Hochgriffe erschienen. Die Zielgruppe sind Kinder im Vorschulalter bis ins Einschulungsalter, Kinder mit Deutsch als Zweitsprache zwischen 3-0-Jahren und 7-11, also fast 8-Jahren, 7-Jahre, 11-Monate und bei Kindern mit Deutsch als Muttersprache kann man es einsetzen mit den Normen im Alter von 3-0- bis 6-Jahren, 11-Monaten. Die sind natürlich einfach sprachlich schon ein bisschen weiter, da kommt man eher an Deckeneffekte, wie man sagt. Mit dem Verfahren kann man drei Fragen eigentlich beantworten. Hat das Kind Förderbedarf, wenn es sich um ein DATS-Kind handelt? In welchem Bereich hat das Kind Förderbedarf und ist das Kind sprachlich auffällig beziehungsweise unauffällig entwickelt? Also wenn es anhand der Normwerte sehr, sehr niedrige Werte hat, da gibt es einen T-Wert und wenn der in mehreren Untertests unter 40 ist, gilt das als Hinweis darauf, dass das Kind auf jeden Fall weiter untersucht werden sollte, dass möglicherweise eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt. Es werden sowohl Sprachproduktion als auch Sprachverständnis untersucht und für das Thema des heutigen Vortrags möchte ich Ihnen einen Einblick geben in das Modul Sprachproduktion, weil hier mit dieser Methode illicitierte Produktion, also mit gezielten Fragen und Impulsen Haupt- und Nebensätze hervorgelockt werden, anhand derer man dann sehen kann, wo steht das Kind in Bezug auf die Werbstellung, auf die Satzklammer, auf das Vorhandensein von Verben, also wie viele verschiedene Verben und überhaupt Verben und Verbtypen verwendet ist und ist es schon in der Lage, die Subjekt- Verbkongruenz herzustellen, also finite Verben zu bilden. Ich habe jetzt einfach nur mal die Fragen rausgesucht, die in diesem Verfahren, das ist also eine Bildergeschichte, die mit den Kindern besprochen wird und an vielen Stellen innerhalb dieser Bildergeschichte werden Fragen gestellt, die genau vorgegeben sind, deswegen standardisiert, das heißt, man muss es dann genau so durchführen, wie das da steht und wenn Sie sich diese Fragen mal ansehen, finden Sie dort eben auch immer wieder Fragen, die wir vorher auch besprochen haben, also was muss Ibo fragen, warum macht der Hund so ein trauriges Gesicht, was macht Lise hier oder guck mal, was passiert auf diesem Bild. Das heißt, da sind genau diese Fragetypen drin, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eben bestimmte Strukturen, einen Hauptsatz oder einen Nebensatz aus dem Kind hervorlocken, sofern es eben dazu in der Lage ist. Und die Kinder haben also innerhalb der Geschichte jeweils mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel einen Nebensatz zu produzieren. Wir wollen uns jetzt ein paar Items dazu mal ansehen, nämlich eines dazu wie zu einer Warum-Frage und dann noch eine Passiert-Frage und eine Frage mit Und was macht Lise? Und ich zeige Ihnen dann auch ein paar exemplarische Antworten aus Studien, wie Kinder auf solche Fragen antworten. Also in der Geschichte gibt es ein Item, wo dieses Bild gezeigt wird und der Testleiter sagt, guck mal, was passiert auf diesem Bild? Und die Kinder antworten eben je nach sprachlicher Möglichkeit spielen, da Ball spielen oder die spielen jetzt Ball, die spielen Fußball, Kinder spielen mit Fußball. Das heißt, man bekommt Äußerungen, an denen man dann sehen kann, ob das Kind schon in der Lage ist, einen kleinen Hauptsatz zu bilden, die spielen Fußball, also mit einem Verb, das richtig an das Subjekt angepasst ist, Subjekt Verb Konkurrenz hergestellt ist, Kinder spielen mit Fußball. Das heißt, man kann an diesen Äußerungen dann sehr schön sehen, auf welchem Meilenstein das Kind sich befindet. Hier sehen Sie also Verb Zweitstellung und Subjekt Verb Konkurrenz. Das wird dann immer aufgenommen und dann aufgeschrieben und dann werden die Antworten genau nach diesen verschiedenen Kriterien analysiert. Ein anderes Item ganz am Ende der Geschichte. Der Hund hat sich den Luftballon geschnappt, er fliegt weg und winkt. Schau mal, die Jungen winken zurück. Und was macht Liese? Das ist hier rechts dieses blonde Mädchen mit dem Pferdeschwanz. Und da antworten die Kinder sowas. Sie will, er runterkommt, auch winken, sagt auch Tschüss, die winkt auch zurück, die macht das Gleiche, die macht so, die will ihn schnappen. Also teilweise auch mit Gestik unterstützt. Und Sie sehen auch hier an den Antworten kann man dann eben genau analysieren, hat das Kind die Verb Zweitstellung schon erworben und ist das Verb flektiert passend zum Subjekt. In diesem Fall und was macht Lese wäre natürlich auch völlig adäquat zu antworten auch winken. Wir brauchen noch nicht unbedingt die Verb Zweitstellung sondern auch winken wäre natürlich auch passend so wie ich Ihnen das am Anfang ja auch gezeigt habe. Und hier ein drittes Item Warum macht der Hund so ein trauriges Gesicht? Wir entdecken also diesen Hund in dieser Tonne und hier geht es passend zur Warum Frage darum möglicherweise Nebensätze zu elizitieren und das sind jetzt Antworten auch aus Studien von Kindern hier jetzt auch das Alter dabei stehen und die Kontakt Monate KM die Abkürzung wie lange hat das Kind schon Kontakt zur deutschen Sprache und dann sind da eben Antworten wie weil der wollte nicht da drinnen bleiben weil dieser ist da und dieser viel weinen weil der nicht alleine rauskommen konnte wegen der das reingetan hat der nicht kommt raus da das heißt sie sehen das sind Kinder einige können schon einen quasi bilderbuchartigen Nebensatz produzieren weil der nicht alleine rauskommen konnte nach zehn Kontakt Monaten ganz beeindruckend andere sind auf dem Weg zur Nebensatz Struktur da ist häufig so etwas wie wegen der das reingetan hat also auch Übergangslösungen und diese Äußerung kann man dann wunderbar danach analysieren gibt es schon eine Konjunktion ist das Verb flektiert steht es schon am Ende so wie es sich im Nebensatz gehört sozusagen ja das heißt dieselben Fragen im Prinzip die ich Ihnen vorhin schon präsentiert habe werden in diesem Verfahren verwendet und das funktioniert ganz gut ein kleines Zwischen Fazit Fragen die satzwertige Antworten erfordern sind besonders relevant für die Beurteilung sprachlicher Fähigkeiten zeigt ein Kind anhaltende Schwierigkeiten im Erwerb von Verben in Bezug auf Umfang des Verb Lexikons die Verbstellung Flexion Finitheit bedarf es auf jeden Fall einer weiteren Abklärung durch einen Therapeuten zum Beispiel anhand der empirisch belegten Meilensteine des Syntaxerwerbs lassen sich die weiteren Entwicklungsschritte voraussagen und dann auch gezielt fördern das heißt wenn Sie sehen wo das Kind steht auf welchem Meilenstein der Satzstruktur haben Sie auch direkt Anhaltspunkte für die Förderung und das ist damit dann auch das nächste Thema zu dem wir übergehen nämlich Fragen in der Sprachförderung Wenn wir uns das hier noch mal vor Augen führen wir haben hier Äußerungen von einem Kind mit Deutsch als Zweitsprache das sagt nach drei Kontaktmonaten sowas wie da Hände waschen die da machen Mehrwortäußerung mit dem Infinitiv am Ende nach sechs bis acht Kontaktmonaten so kleine Hauptsätze mit dem finiten Verb in der Verbzweitstellung das passt hier schon was ist in die Ecke und nach 15 Kontaktmonaten wenn einer mein Freund ist dann spiele ich immer so Hier können Sie je nachdem wo ein Kind steht direkt Förderziele ableiten nämlich hier bei diesen Mehrwortäußerungen wo der Infinitiv noch am Ende steht wäre ein Förderziel die Produktion von Hauptsätzen mit Verbzweitstellung anbahnen Wenn das Kind hingegen schon Hauptsätze produziert wäre das Nächste sozusagen analog zu den Meilensteinen an denen wir uns ja orientieren können die Produktion von Nebensätzen zum Beispiel mit Konjunktion wie weil wenn das oder ob anbahnen das heißt sie haben direkt Hinweise darauf was in der Förderung zu tun ist um dem Kind zu helfen möglichst schnell auf die nächste Stufe zu kommen ja weil gerade wenn es noch hier vorne ist wäre auch für die Teilhabe an Schule und Kita an allen Bildungsangeboten wichtig dass es in der Lage ist Hauptsätze zu produzieren das mit den Nebensätzen ist auch wichtig aber kommunikativ ist besonders wichtig natürlich dieser Meilenstein 3 dass das Kind überhaupt erst in die Lage versetzt wirklich gut an Gesprächen teilzunehmen ich möchte Ihnen zeigen wie wir das in unserem Förderansatz gelöst haben wir haben inzwischen alles was wir wissen über Sprachförderung eine linguistisch fundierte Sprachförderung haben wir inzwischen in einem Buch niedergeschrieben und da gibt es auch ein Fördermaterial dazu mit den Bildkarten und da möchte ich Ihnen nur einen kleinen Einblick geben wiederum mit dem Fokus auf Fragen welche Rollen spielen Fragen in der Sprachförderung wir empfehlen in unseren Fördereinheiten und in den Methoden die wir vorstellen immer so ein dreischrittiges Vorgehen das ich Ihnen gleich auch an zwei Fördereinheiten ganz kurz zeigen möchte wir gehen davon aus und da sind wir sicher nicht alleine dass Kinder zuerst Sprache angeboten bekommen müssen also Input vor Output das heißt in einem ersten Schritt den Kindern einen gut aufbereiteten strukturierten Input zur Verfügung zu stellen also wenn es zum Beispiel darum geht Hauptsätze zu erwerben dass man einen Input bereitstellt in dem viele Hauptsätze vorkommen in denen dann die Satzklammer die Linke oder die Linke und die Rechte besetzt sind um die Kinder aufmerksam zu machen auf Werben und die Position der Werben und dann um sie zum Sprechen anzuregen und hier kommen wir wieder zu unseren Fragen empfehlen wir ganz gezielte Fragen und als zweite Methode noch gezielte Satzanfänge aber wir konzentrieren uns heute auf die Fragen und in einem dritten Schritt würde man den Kindern dann wenn die Antworten noch nicht zielsprachlich sind auch noch mit Feedback Techniken eine Rückmeldung geben und dadurch das Sprachangebot noch mal erhöhen beziehungsweise verbessern also wir konzentrieren uns heute auf die Fragen und die haben wir in diesem Buch für die Praxis so aufbereitet eben ein bisschen vereinfacht aber eben auch mit diesem Fokus mit welchen Fragen kann ich welche Strukturen aus den Kindern sozusagen hervorlocken die beiden wunderbaren Fragen was passiert denn hier was ist hier los eignen sich um Sätze zu produzieren also Hauptsätze zu produzieren vor allen Dingen wie hier gezeigt wird dann für komplexe Sätze also Nebensätze die Warum Frage wozu aber auch hier diese Fragen mit diesen Sprechakt Verben oder mentalen Verben was fragt der Junge wohl was denkt der Junge wohl und so weiter da kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zwanghaft aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Nebensätze und dann haben wir die anderen Fragen die Sie ja eigentlich kennen also nach einzelnen Satzelementen wie wer wem wo wann und so weiter wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese beiden Fragetypen und ich zeige Ihnen eine erste Fördereinheit ganz kurz im Überblick zum Thema Hauptsätze verwenden also Förderbereich hier Grammatik das Ziel sind Hauptsätze mit finitem Verb in der Verb Zweitposition und das richtet sich an Kinder die schon Mehrwortäußerung produzieren aber die Hauptsatzstruktur noch nicht sicher erworben haben also auf Meilenstein zwei sind und jetzt möglichst dabei unterstützt werden sollen den Meilenstein drei zu erreichen dazu bekommen sie so wie ich das ja eben schon angedeutet habe zuerst Input das heißt eine Geschichte in der Hauptsätze Variations und Kontrastreich Hauptsätze angeboten werden also so wie sie hier sehen Hauptsätze in den beide Teile der Satzklammer besetzt sind linke und rechte mit Modalverben und hier dem Infinitiv aber auch einfache Hauptsätze bei denen das Vollverb dann in der linken Satzklammer steht oder auch im Perfekt hat vorbereitet sie hat eine große Schlüssel auf den Tisch gestellt also diese Geschichte wird den Kindern erst mal nur erzählt und das fettgedruckte ist für die und daran anschließend gibt es Spiele und eine Anschlusskommunikation um die Kinder zum Sprechen anzuregen und dort werden genau diese Fragen verwendet über die wir heute auch schon gesprochen haben wie Sie hier sehen jetzt exemplarisch es geht darum dass ein Obstsalat gemacht werden soll es gibt dann Bildkarten und man spricht durch was muss man alles tun wenn man einen Obstsalat machen möchte und hier sehen sie unsere Fragen sozusagen schaut mal was passiert hier Dorina Obst schneiden Philippa schneidet Obst also hier jetzt ein Feedback sie schneidet gerade einen Apfel durch und was passiert hier Emre die wascht die Obst ja genau Philippa wäscht das Obst und was ist hier los Einkauf bei Supermarkt ja Lino kauft im Supermarkt ein er kauft gerade Obst und dann nochmal die Frage und was passiert hier ja das heißt diese Fragen das das sozusagen das funktioniert natürlich nicht immer so Bilder Bilderbuchhaft wie wir das hier jetzt dargestellt haben aber ich glaube wir sind schon relativ nah an das gekommen was auch so in Sprachfördersituationen passiert und diese Fragen schlagen wir vor tatsächlich um zur Produktion von Hauptsätzen anzuregen ja gut dann eine zweite Fördereinheit nochmal zum Thema Nebensätze hier auch der Förderbereich Grammatik und das Förderziel ist eben Nebensätze mit den Konjunktionen wenn damit das und ob zu verwenden also das sollen die Kinder lernen oder dazu sollen sie angeregt werden und das richtet sich dann an Kinder mit DATS im Vorschulalter die schon Hauptsätze mit Verb Zweitposition aber noch keine Nebensätze produzieren also unser Meilenstein Drei auch hier wieder zuerst eine Geschichte wir haben das immer versucht ganz lebensnah zu machen Geschichten wo auch jedes Kind sagt das kommt mir bekannt vor da kann ich irgendwie auch mitmachen Oma kommt zu Besuch Lino und seine Schwester Philippa liegen im Bett und da wird halt diese Geschichte erzählt die Kinder freuen sich und überlegen sich was sie mit der Oma alles machen wollen Pizza backen ja und hier kommen dann auch Nebensätze vor und damit man beim Lesen noch mal ein bisschen drauf aufmerksam wird sind hier die Subjunktionen oder Konjunktionen wie sie auch genannt werden das damit wenn Fett markiert damit man noch mal ein bisschen darauf achtet man muss sie nicht überbetonen aber doch irgendwie noch mal die Aufmerksamkeit ein bisschen darauf legen auch hier dann wieder eine Anschluss Kommunikation beispielhaft warum passt die Oma in den Ferien auf Lino auf die Eltern müssen arbeiten ganz genau anders die Oma passt auf die Kinder auf weil die Eltern von Lino und Philippa arbeiten müssen ja Philippa möchte einen Kuchen backen was sagt Lino dazu dass Oma keinen Kuchen mag der findet das nicht gut genau der Lino sagt dass die Oma gar keinen Kuchen mag ja Lino und Philippa wollen eine Pizza backen was sagen Mama und Papa dazu das ist eine gute Idee sagt sein Papa ja das heißt sie sehen man muss Kontexte schaffen in denen die Wahrscheinlichkeit zumindest steigt dass die Kinder solche Strukturen produzieren das kann man natürlich nicht nach Schema F machen die Kinder sind total kreativ mit Sprache und manchmal kommen auch ganz überraschende Dinge aber wenn wir das ernst nehmen was wir am Anfang besprochen haben oder was ich dargestellt habe eine Antwort eine Frage schafft sozusagen einen Raum für eine Antwort die syntaktisch dazu passt dann sollte man sehr viel Wert auf diese Fragen legen Joel was wünschst du dir von deiner Oma noch mal eine weitere Fördersequenz wo es dann darum geht stellt euch vor eure Oma oder euer Opa oder eine Tante oder so kommt zu Besuch Joel was wünschst du dir von deiner Oma dass sie Kino geht mit mir du wünschst ihr dass sie mit dir ins Kino geht das heißt hier nochmal ein korrektives Feedback um das noch mal präsenter zu machen ja das ein kleiner Einblick in Fragen in der Sprachförderung Sie sehen es sind letztendlich immer dieselben Fragen die irgendwie gut funktionieren wenn man ein bestimmtes Ziel hat und das ein großes Ziel in der Sprachförderung ist ja immer wie ja selbst die Lehrer auch immer sagen in ganzen Sätzen zu antworten also in Haupt- oder Nebensätzen satzwertigen Strukturen und da gibt es einfach Fragen die die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen dass das passiert ja und ich hatte Ihnen ja noch ganz zum Schluss einen kurzen Blick in den Grammatik Unterricht versprochen den konnte ich mir nicht verkneifen das ist ein bisschen unscharf aber man sieht es trotzdem Sie kennen Sie alle möglicherweise sind Lehrkräfte dabei Sie kennen diese Fragen alle die sogenannten Fragen nach dem Prädikat da wird immer genannt was tut jemand oder was passiert ja und wenn wir das ernst nehmen worüber wir heute gesprochen haben müssen wir uns natürlich kritisch fragen wenn wir fragen was passiert was ist dann die Antwort nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit Satz und nicht nur das Prädikat ja wenn Sie hier den Satz haben den kurzen Satz Lotte liest und es kommt die Frage was passiert dann kriegen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Antwort Lotte liest ja und nicht liest hier ein anderes Beispiel auch hier was tut jemand was passiert was tut Franz Franz liegt im Gras hier könnte man noch antworten liegen oder im Gras liegen ja aber wenn man fragt was passiert wäre immer die Antwort Franz liegt im Gras das noch einmal um kritisch zu reflektieren was dort als Frage sozusagen für als grammatische Frage vorgeschlagen wird und man muss sich manchmal nicht wundern wenn die Kinder auf diese Fragen nicht richtig antworten und ganz zum Schluss habe ich noch mal eine ganz kreative Lösung eines Kindes auf genau diese Frage schreibe auf wie du nach dem Prädikat fragst und das Kind sagt darf ich bitte den Prädikat haben jetzt nur noch ganz kurz die Zusammenfassung um heute noch mal alles sozusagen noch mal abzurunden wir nehmen mit oder sie sollten mitnehmen die Produktion von Haupt und Nebensätzen ist für die Sprachstandserfassung und Sprachförderung besonders relevant auf viele Fragen kann im mündlichen Dialog jedoch keine satzwertige Antwort erwartet werden mit gezielten Fragen wie beispielsweise was passiert da oder Fragen mit warum lassen sich einem Gesprächspartner satzwertige Antworten entlocken diese sind für Diagnostik und Förderung besonders geeignet man müsste vielleicht sagen besonders relevant und was heißt das jetzt und damit komme ich dann auch quasi zum Schluss für die Professionalisierung für die Lehrerbildung Sprachförderkräfte Lehrkräfte und alle weiteren Experten die mit Kindern im Gespräch sind sollten wissen dass von Kindern keine Antwort im ganzen Satz erwartet werden kann wenn die Frage dies nicht erfordert mit welchen Fragen welche Antwort Strukturen elizitiert werden können und welche nicht sollten Lehrkräfte wissen und alle anderen Experten und sie sollten wissen welche Fragen diagnostisch besonders relevant sind einschätzen und anschließend fördern zu können das erfordert also eine fortlaufende Reflexion des eigenen Frage Verhaltens im Gespräch in der Sprachförderung in der Sprachstandserfassung und im Unterrichtsgespräch und wenn sie mehr erfahren wollen über unseren linguistisch fundierten Ansatz in der Sprachförderung für diejenigen die in Hessen sind ein kurzer Hinweis noch auf unser Projekt Sprachförderprofis wo es Fortbildung gibt rund um das Thema Sprachförderung Sprachdiagnostik und auch die Grundlagen Sprache und Spracherwerb an dieser Stelle ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen oder fürs Zuhören und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und ich schau und ich schau und ich schau das